Freitag, der 18. Februar 2011, nach 1. Herzlich Willkommen zum Freitag ab 1. Und zuerst ein kleiner Rückblick auf das, was in Reaktion nach dem Freitag ab 1 von letzter Woche passiert ist. Ich habe mich ja ganz viel mit der Extremismus-Klausel auseinandergesetzt und es war schon erstaunlich zu sehen, erstens wie viele Leute das Video schauen, das freut mich durchaus, aber wie viele Menschen mit komischer Gesinnung sich das angucken und sich dann auch noch genötigt fühlen, dazu irgendwas zu schreiben. Kleiner Hinweis an alle Rechtsextremisten, die das sehen. Ihr könnt euch darüber ärgern, aber ihr müsst nicht dann automatisch irgendwelchen Blödsinn an meine Pinnwand posten. Ihr werdet bei meinen Leuten da garantiert niemanden von überzeugen und mich schon gar nicht. Ich bleibe ein Antifaschist und das werdet ihr nicht ändern. Ich habe letzte Woche versprochen, heute über die Kastortransporte nach Lubmin zu sprechen. Das will ich natürlich gern tun und anfangen mit der großen Demonstration in Greifswald letzte Woche. Etwa 2000 Leute sind bei gutem Wetter durch Greifswald gezogen und es war ein rotes Fahnenmeer. Es war ganz deutlich, die Linke steht deutlich für eine atomfreie Politik und sie steht auch dagegen, dass Mecklenburg-Vorpommern zum Atomklo Deutschlands gemacht wird. In dieser Woche sind 56 Tonnen hochradioaktiver Müll aus der ehemaligen Wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe ins Zwischenlager Nord bei Lubmin verbracht worden. Die haben dort 20 Jahre lang gelegen und niemand hatte ein ernsthaftes Problem damit. Es gab keine Sicherheitsbedenken in größerem Umfang. Und mir konnte bis heute keiner erklären, warum der Müll jetzt unbedingt nach Lubmin kommen musste. Denn warum kann Müll 20 Jahre in Karlsruhe lagern, wenn er dann nicht abschließend woanders hingebracht werden soll. Es macht doch keinen Sinn, den Müll jetzt für 10 oder 20 Jahre in Lubmin einzulagern mit der Behauptung, dass er dann da wegkäme. Zumal, auch das muss man wissen, der Geschäftsführer der Energiewerke Nord gesagt hat, 2039 gibt es sowieso noch kein Endlager, der Müll wird dann schon noch länger hier bleiben. Das kann doch aber nicht Ziel der Übung sein. Man muss dazu einfach auch nochmal sagen, dass die Grünen, die sich an diesem Protest ja auch ein bisschen beteiligt haben, Abgeordnete waren übrigens nicht da, diesen Protest eigentlich gegen ihren eigenen Fraktionsvorsitzenden Jürgen Trittin gemacht haben. Denn der hat 2004 angeordnet, dass diese Transporte nach Lubmin fahren sollen und nun ist es durchgesetzt worden. Nächste Woche wird die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag einen Antrag einbringen, dass keine weiteren Atomtransporte nach Lubmin stattfinden, dass dort keine weiteren Atomabfälle eingelagert werden. Denn es gibt eine klare Vereinbarung in der Landespolitik und das war auch immer eine Zusage der Bundesregierung, dass nur Müll aus dem ehemaligen Kernkraftwerk in Greifswald und dem Forschungskraftwerk in Rheinsberg eingelagert werden soll. Dieser Konsens ist gebrochen, aber es ist auch gut jetzt. Man muss es nicht weiter treiben. Die Fraktion Die Linke wird dieses beantragen. Mal schauen, wie die anderen Fraktionen sich dazu verhalten. Darüber werde ich natürlich berichten nächste Woche im Freitag ab 1. Bis dahin eine gute Zeit. Das war's. Das war's. Vielen Dank.